Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von, ja ihr habt es geschafft, ich nenne es wieder Bubble Time. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und heute geht es um ein sehr interessantes Thema in meinen Augen und zwar um die Europameisterschaft 2016. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen, ist eine großartige Unterstützung, die beste, die es überhaupt gibt. Weitere Links, die mich unterstützen, sind in der Videobeschreibung, Instagram, Twitter, Facebook, Grand Grand, gerade Instagram, sehr, sehr wichtig da vorbeizuschauen. Alter, war da die 10k geknackt und darauf freue ich mich richtig, von daher da auf jeden Fall vorbeischauen. Es geht wie gesagt um die Europameisterschaft und da möchte ich so ein bisschen was ansprechen. Erstmal, sollte die überhaupt stattfinden und dann möchte ich auf die ersten drei Gruppen eingehen, also von A bis C und mal so die Favoriten rausstellen und meine Meinung zu den einzelnen Teams sagen. Das Ganze wird ungefähr 10 Minuten wieder dauern, so sollten diese Videos allgemein aufgebaut sein von der Dauer und ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir starten erstmal durch, die Europameisterschaft 2016 findet in Frankreich statt und wir wissen alle, letztes Jahr gab es im November diese unglaublich schrecklichen Anschläge in Paris, wo der IS einfach mal wieder gezeigt hat, warum diese Organisation einfach komplett gegen jeglichen Menschenverstand ist und ausgerottet gehört und ja, wirklich in jeglicher Hinsicht ausgerottet. In meinen Augen ist es so, das ist ein sehr verzwicktes Thema, aber ich bin der Meinung, jeder, der sich ansatzweise mit dem IS identifiziert oder irgendwie terroristische Ideen und naja, Züge hat, gehört umgebracht. Ganz einfach, Mörder, das ist eine andere Geschichte. Ja, nicht jeder Mörder gehört umgebracht, aber jeder Terrorist gehört umgebracht und zwar ohne Wenn und Aber. Und beispielsweise heute der bei der Razzia in Brüssel, ja, Gefundene, den hätten sie nicht mitnehmen sollen, den hätten sie umbringen sollen. Das ist zumindest meine Meinung, mag martialisch klingen, aber für mich sind Terroristen der absolute Untermüll der Menschheit. Ist aber eine andere Geschichte. So, diese Anschläge gab es auf jeden Fall und seitdem ist die Welt so ein bisschen, naja, in Schockstarre immer noch aufgrund der Grausamkeit, mit der der IS vorgeht. Die Frage ist jetzt, werden sie nächstes Jahr vor der EM halt machen, vor einem riesigen Sportevent. Ich meine, sie waren in Frankreich schon, sie haben da ihr Netzwerk und so weiter und so fort. Das Ganze wird niemals ganz zerstört werden, beziehungsweise wird es noch dauern, solange Russland da so ein bisschen, naja, gegen hält, beziehungsweise ihr Veto im UN-Sicherheitsrat. Viel zu politisch das Thema, ich weiß, dass viele von euch das gar nicht verstehen, was ich hier gerade rede, aber darum soll es nicht gehen. Einfach nur, sollte die EM stattfinden, meiner Meinung nach ja, es wird gefährlich. Klar, die Sicherheitsvorkehrungen werden krass wert, aber trotzdem muss ein Zeichen gesetzt werden und Fußball sollte nichts mit Politik zu tun haben. Und deswegen denke ich, dass sie stattfindet und dass sie auch stattfinden sollte. Wenn es nicht der Fall sein sollte, ist die Frage, woran wir es sonst machen. An sich ist jedes große Event zurzeit momentan eigentlich ein, ja, potenzieller Brandherd für den IS und von daher kann man da nicht wirklich was machen. Und wir sollten einfach hoffen, dass alles glatt geht, hoffen, dass alles funktioniert und hoffen, dass da keine irgendwelche Ausschreitungen oder Anschläge während dieser Zeit verübt werden. Das ist meine Hoffnung und da glaube ich auch ganz fest dran, denn der Fußball sollte gewaltfrei und politisch irgendwie auch befreit sein. Naja, gut, kommen wir zur Europameisterschaft. Wir haben dieses Mal sechs Gruppen, ich dachte immer normalerweise, wären es nur vier, ich glaube, das ist dieses Jahr das erste Mal so. Allgemein wird das ja in den nächsten Jahren nochmal so ein bisschen verändert werden, die EM. Aber dieses Jahr haben wir auf jeden Fall sechs Gruppen und diese sechs Gruppen sind recht interessant und die ersten drei, in denen übrigens auch Deutschland vertreten sind, Gruppe C, sind ziemlich interessant. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zur ersten Gruppe und reden das erste Mal über Gruppe A und die sieht schon mal gar nicht so uninteressant aus. Wenn man sich das mal anguckt, ich muss sie mir selber gerade nochmal auf den Screen holen, da haben wir zum einen England drin, nee Quatsch, Entschuldigung, das war Gruppe B. Wir haben einmal Frankreich drin, wir haben die Schweiz da drin, Albanien und das andere Land sehe ich jetzt gerade noch nicht, aber das Bild wird sich früher oder später öffnen. Dann macht doch da gar keine Sorge, Rumänien. Okay, gut, Rumänien, Frankreich, Albanien und die Schweiz. Ich denke mal, das ist ganz klar, welches die Favoriten sind, natürlich Frankreich und die Schweiz. Und über die beiden werde ich gleich noch im Porträt reden. Rumänien und Albanien, beides Nationen, die an sich sehr gute Fußballer unter anderem haben in der Vergangenheit, gerade Rumänien mit George Adji. Allerdings mittlerweile nicht mehr so die große Rolle im Fußballspiel, in Albanien vielleicht immer mehr, weil da sehr viele junge Talente herkommen und sie auch eigentlich keine Städte-Nationalmannschaft haben. Mir fällt da spontan der neue, was ist denn jetzt los hier, egal, mir fällt da gerade der neue interessante Spieler für Leverkusen, ein Hüscher, glaube ich, der Rechtsverteidiger. Aber trotzdem denke ich, dass die Schweiz und auch Frankreich einfach zu stark sind. Kommen wir direkt mal zum Porträt und kommen wir zu Frankreich. Frankreich für mich einer der Top-Favoriten überhaupt auf den EM-Titel. Ich meine, man muss sich nur mal den Kader angucken. Die haben so ein krankes Team, die haben im Tor so viele Möglichkeiten, aber an sich Juri, der bei den Totten der Modsbörsen einen Mega-Job macht, das ist einfach nur krass. Erst davor in der Verteidigung haben sie Varane, sie haben dazu noch Laporte, auch wenn er sich heute verletzt hat, nummerweise bei U21. Sie haben Sarko theoretisch, sie haben Mathieu, sie haben Rami, sie haben Perrin, sie haben Umtiti, sie haben Yanga und Biva. Die haben so extrem viele Alternativen. Außenverteidiger, da haben wir auf der linken Seite, Kursava beispielsweise, auf der rechten Seite, wen gibt es da so? Jalé beispielsweise, spielt er mittlerweile noch bei Lyon, ich bin mir gar nicht sicher, aber Jalé auf jeden Fall. Im zentralen Mittelfeld, wenn ich darüber lege. Matuidi, Pogba, Kanté, was haben wir denn noch so? Keiner, Fekir, Gonalant und so weiter. Kabay theoretisch, alles kranke Spieler. Offensiv, boah, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ribéry, Benzema, Mafial, was haben wir denn noch? Den Dembélé von Rennes, Mtep theoretisch, Lacazette, auch nochmal, habe ich Fekir gerade schon genannt? Ich weiß es gerade gar nicht. Comar theoretisch noch, die haben so ein unglaubliches Potenzial. Und ich glaube nicht nur, dass die die Euro 2016 rocken werden, sondern auch die nächsten Jahre so ein bisschen durch. Gerade die Wern 2018 steht auch im Fokus, diese Spieler sind alle so extrem jung. Und die haben halt auch noch alte Spieler dabei oder routinierte Spieler wie Benzema. Das ist einfach eine krasse Mannschaft und ich glaube, das wird gerade bei der Heimerm ein richtiges Spektakel werden. Die Schweiz wiederum, auch der räumt mich relativ gute Chancen ein, relativ weit zu kommen. Haben auch einen interessanten Kader, gar keine Fragespieler. Wie Shaqiri steht natürlich im Mittelpunkt, weil sie in der Premier League spielen. Auch Gökhan Inlauch, wenn er bei Leicester keine Zeit bekommt, ist an sich ein guter Fußballer. Allgemein haben sie sehr viele starke Spieler. Jan Sommer, mit Keepern sind die sowieso gut ausgestattet. Jan Sommer fällt mir da spontan auch ein. Also ich denke, dass das wirklich eine sehr interessante Nation ist, die man auf jeden Fall, auf keinen Fall, auf jeden Fall, auf keinen Fall, genau, auf keinen Fall unterschätzen darf. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, es ist in den letzten Jahren immer so ein bisschen was gewesen. Ich glaube 2008 war es, als Deutschland gegen die Türkei unglaubliche Probleme hatte. Und das auch vollkommen zu Recht, weil die Türkei sich auch extrem fußballerisch weiterentwickelt hat. Und wenn man sich den Kader jetzt nochmal anguckt, ich bin gerade nochmal drauf, da hast du einen Jemaili, du hast einen Kasami, einen Kranichaka, den habe ich gerade gar nicht im Kopf gehabt, einen Stefan Lichtsteiner, Admi Mimedi theoretisch auch noch, Bril Mbolo, Haris Seferovic. Das sind alles klasse Namen und wenn die zusammen spielen, glaube ich, dass da schon ziemlich stark werden könnte dieses Jahr. Ich bin gespannt, wie weit sie kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die auf jeden Fall einer der Geheimfavoriten sein sollten, denn ich glaube, die können theoretisch relativ weit kommen. Wir gehen zur Gruppe B über und da haben wir auch eigentlich ein interessantes Bild, und zwar England, Russland, Wales und Slowakien. Die Frage ist jetzt natürlich, äh, die Slowakei, die Slowakien, ach du Scheiße, äh, Kombination aus Slowenien und Slowakei. Naja, was soll's, England und Russland sind in meinen Augen die Favoriten in dieser Gruppe, aber Wales wird auf jeden Fall auch ein Wörtchen mit, ein Wörtchen, genau, ein Wörtchen mitzureden haben. Die Slowakei sehe ich als Außenseiter, aber auch da kann Albert Rusnak natürlich nochmal kommen und ein bisschen Stress machen. Aber England, gerade in der EM-Quali, sehr souverän gewesen und, äh, an sich vielleicht nicht so das Team, was man am meisten nach oben pushen würde, aber dazu komme ich gleich in dem Porträt nochmal. Russland an sich kein schlechtes Team, Wales auch nicht, auch mit guten Spielern ausgestattet und die Slowakei, weiß ich nicht. Das ist in meinen Augen eine sehr spannende Gruppe, abgesehen von England, die werden Durchmarsch machen. England, das habe ich selber jetzt nochmal im Porträt vorbereitet, das liegt ganz einfach daran, dass ich glaube, dass England auch einer der unterschätztesten Mitfavoriten für diese EM sein wird. England ist in den letzten Jahren immer bei großen internationalen Turnieren ziemlich offensichtlich und ziemlich bitter gescheitert. Bestes Beispiel die WM 2010 und die WM 2014, ja, gar keine Frage. Aber trotzdem haben wir an sich extrem gutes Spielermaterial. Joe Hart ist ein klasse Keeper, kann man nichts gegen sagen. Die haben junge Talente auf den Außenbahnen. Luke Shaw, ich weiß nicht, ob du bis dahin wieder fit sein wirst. Auf der rechten Seite so ein Spieler wie Klein. Innenverteidigung, solche Spieler wie Cahill beispielsweise, der jetzt Kapitän beispielsweise geworden ist. Warum sage ich beispielsweise, ich weiß es nicht. Smalling, der auch kein schlechter ist. Phil Jones, davor im Mittelfeld. Haben sie auch auf jeden Fall mit Dele Ali und so weiter und so fort. extreme Talente, die Sturmspitze unglaublich gut besetzt mit Wayne Rooney, der, naja, als Spielmacher fungieren wird wahrscheinlich. Oder auch natürlich Harry Kane, gar keine Frage. Auf den Außen, Oxlade-Chamberlain, Walcott und so weiter und so fort. Die haben unglaublich gutes Spielermaterial. Gerade auch junge Spielermaterial, das ich natürlich bei der WM jetzt beweisen will. Teilweise schon in der besten Liga der Welt spielt. Und, beziehungsweise in der fußballerisch, vom Spielstil her, schönsten und besten Liga der Welt spielt, die sie natürlich präsentieren wollen. Und wenn man sich den Kader mal so anguckt, ich habe hier mal ein Bild dabei. Wir haben da Harry Kane, wir haben Jack Wilshere, das heißt, der wird höchstwahrscheinlich nicht dabei sein. Aber wir haben da noch einen James Milner dabei, Raheem Sterling, Adam Lallana. Das sind alles klasse Spieler. Ross Barclay von Everton, auch ein richtig genialer Typ. Ich bin gespannt, was die so reißen werden. Aber ich glaube, England könnte schon, ja, bis ins Halbfinale, vielleicht so ins Finale kommen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich bin gespannt, wie es für England laufen wird. Wir kommen zu Gruppe C und die Gruppe C ist dann die deutsche Gruppe. Mit der Ukraine, mit Polen und mit Nordirland. Nordirland, ja, sehr überraschend überhaupt, hat sich nur qualifiziert. Die Ukraine, relativ souverän, soweit ich weiß, gewesen. Und Polen hat ja Deutschland schon mal ein bisschen geärgert in der Euro-Qualifikation. Sind jetzt auch noch in der gleichen Gruppe. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Deutschland natürlich klarer Gruppenfavorit. Und dahinter kann theoretisch alles passieren. Die Ukraine und Polen werden sich wahrscheinlich um den zweiten Platz streiten. Allerdings hat man da Nordirland noch dabei. Und die können theoretisch überraschen. Und das ist eine Mannschaft, der ich sehr viel zutraue, gerade über den Kampfgeist und über diese Geschlossenheit, die diese Teams meistens zeigen. Beispielsweise auch Schottland oder Irland sind gute Beispiele dafür. Und Nordirland eigentlich auch. Die haben die Gruppe relativ dominiert, wenn ich mich recht erinnere, in ihrer Qualifikation. Und sind nicht zu Unrecht bei der EM. Und dementsprechend glaube ich, dass die für Überraschungen sorgen können. Vielleicht nicht gerade gegen Deutschland, aber gegen Polen und gegen die Ukraine. Könnte das schon relativ gefährlich werden. Zumindest für diese beiden Länder. Ich glaube aber, dass Polen der Platz 2 am Ende dann zustehen wird. Beziehungsweise, dass sie ihn erreichen werden. Die haben halt auch einen guten Kader. Kann man nichts gegen sagen. Haben Deutschland schon das fürchten gelernt. Und die kommen auch über den Zusammenhalt. Klar, das tut die Ukraine eventuell auch. Aber ich glaube trotzdem, dass Polen so der B-Favorit quasi in der Gruppe ist. Für mich kein Turnierfavorit. Auch wenn sie natürlich mit Lewandowski einen unglaublich guten Stürmer haben. Und Mielik eigentlich auch. Und auch defensiv nicht schlecht draufgestellt sind. Aber ich glaube trotzdem, dass es deutlich stärker ist als Polen. Trotzdem, in der Gruppe sollte Polen zumindest der B-Favorit sein. Deutschland natürlich A-Favorit. Der Weltmeister. Die wollen jetzt auch Europameister werden. Wird auch langsamer wieder Zeit. Ich glaube, das letzte Mal war 1996. Das heißt, es ist schon ein bisschen her. War es 1996? Ich glaube, es war 1996, oder? Habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ist auf jeden Fall ein bisschen her. Und die WM 2014 hat gezeigt, was für... Oh, jetzt sind wir schon über die 10 Minuten. Naja, ist egal. Deutschland kann man immer noch mal hinterher schieben. Die WM 2014 hat gezeigt, was Deutschland für eine entwickelnde Fußballnation ist. Deutschland war Favorit. Und hingegen meine Erwartungen. Ich habe ja gesagt, die fliegen früher raus. Aber sie sind nicht rausgeflogen. Sie haben sich gut präsentiert. Ich meine, klar. Es war teilweise ein bisschen rumgekrebelt. Gegen wen waren das, wo sie in der Verlängerung erst gewonnen haben? Argentinien natürlich. Aber ich glaube, da war noch irgendwas. Ich komme gerade nicht drauf. Aber das war, glaube ich, das Achtelfinale, oder? Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen angestellt. Ne, Achtelfinale war gegen Frankreich. Viertelfinale? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Ist ja auch egal. Darum geht es jetzt gerade gar nicht. Das Wichtige ist einfach nur, Deutschland muss sich jetzt beweisen. Deutschland muss beweisen, wir schaffen das Turnier zu rekapitulieren und nochmal diese Leistung zu bringen. Man muss natürlich dazu sagen, es lief jetzt nicht unbedingt so rosig nach der WM. Man hat gegen Argentinien direkt mal gesehen, mit Di Maria wäre das nochmal ein ganz anderes Spiel gewesen. Man hat auch direkt gesehen, allgemein ist Deutschland nicht mehr das allerstärkste. Ich glaube, gegen Irland war es ganz, ganz lang. Oder gegen Schottland. Genau, gegen Schottland haben sie sich fast blamiert. Deutschland ist ein Turnierteam. Und das müssen sie jetzt wieder aufrufen. Und ich glaube, das ist möglich. Sie haben einen extrem starken Kader, das ist gar keine Frage. Die haben unglaublich gute, gut besetzte Torwartpositionen, den besten Torwart der Welt da drin. Auch wenn ich von Neuer nicht viel halte gerade, aber trotzdem davor. Boateng, wenn er wieder fit ist und hummelt, selbst mit Ersatzspielern, wie beispielsweise Mustafi, sehr, sehr stark. Außenverteidepositionen seit jeher das größte Problem der Deutschen, aber ich glaube, auch da sind wir gut besetzt. Im Mittelfeld, brauchen wir nichts dazu sagen, Sami Khedira auf der 6, Toni Kroos, das sind vielleicht mit die besten Mittelfeldspieler der Welt. Auch beispielsweise Marco Reus auf der Außenposition. Auf der anderen Seite hast du auch theoretisch Spieler wie Müller, wenn er außen spielen sollte. Götze, der theoretisch auch nochmal hochkommen kann. Bela Rabi sehe ich hier gerade auf dem Bild. Max Kruse, hm, wird ja eher nicht dabei sein. Aber man hat auf jeden Fall viele gute Spieler. Die Sache ist jetzt, kann man das Ganze auch umsetzen? Ich glaube schon. Man wird mit einem System spielen, das denke ich mal noch angepasst wird, jetzt in den Vorbereitungen spielen. Mario Gomez wird, denke ich mal, vielleicht sogar etabliert werden, jetzt in den Testspielen gesetzt. Ich bin gespannt, ob er es zur EM schafft. Ich hoffe es für ihn. Vielleicht spielen wir wieder mit dem richtigen Stürmer. Das könnte interessant werden. Vielleicht schaffen wir es so, gerade auch nach 2014, wo es ja, naja, mit Müller, okay, Müller ist ein richtiger Stürmer so gesehen, aber halt auch ein unkonventioneller. Vielleicht geht es mit einer richtigen Spitze irgendwie wieder und wir überraschen die anderen Teams. Ich bin gespannt, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Deutschland das Ganze wiederholt. Und für mich sind Deutschland und Frankreich die größten Favoriten auf den EM-Titel. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant mit diesen beiden Mannschaften. Und ich glaube, dass Deutschland auf jeden Fall bestätigen kann, was sie 2014 gezeigt haben. Und ich glaube auch, dass es wieder sehr viele Kritiker geben wird, beziehungsweise sehr viele Pessimisten, wo ich ja normalerweise auch zuzähle. Aber die werden relativ schnell verstummen, weil Deutschland das Potenzial hat, das Spielermaterial und das Können. Ich mag Löw auch nicht, aber das ist einfach wirklich eine Mannschaft. Es heißt nicht umsonst die Mannschaft und das wird schon irgendwie werden. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das war es von diesem Video. Was denkt ihr? Wer sind die Favoriten in diesen einzelnen Gruppen? Wer sind die Favoriten auf den Turniersieg? Wie seht ihr die einzelnen vier Teams, die ich gerade vorgestellt habe? Und freut euch aufs nächste Video, denn da geht es um die restlichen Gruppen und zwar die von D bis E und F. Also von D bis F. Ja. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Und ciao.